Hallo liebe Freunde, es ist Januar 24 und ich bin hier am Strand an der Ostsee und mache eben Sommerurlaub im Winter. Wir haben ja Klimakatastrophe, wir haben die Erderhitzung, liebe Freunde, die Experten haben uns ja versichert, seit 125.000 Jahren die wärmste Zeit hier und auch die mittelalterliche Warmzeit, als die Donau trocken war, das ist alles ein Fliegenschiss dagegen, liebe Freunde, ich mache hier Urlaub, ich möchte mich so ein bisschen erholen und ja, auch mir ist schon ganz warm und ja, ich nehme mir meinen Cocktail hier am Strand so schön und oh, na nun, das ist ein klasse Strohhalm, hoffentlich kommt jetzt nicht der Zoll und beschlagnahmt den. Mir ist schon total warm, liebe Freunde, ich muss jetzt ein kühlendes Bad in der Ostsee nehmen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020